So, wir haben eine Frage reinbekommen, und zwar, ich lese in der Bibel, bin voll drin, aber dann ruft mich meine Mutter, dass ich ihr helfen soll, obwohl sie nicht wirklich meine Hilfe braucht, sondern ich soll ihre Arbeit erleichtern. Soll ich die Bibel hinlegen und meiner Mutter helfen, oder weil die Liebe zum Herrn größer sein muss, die Bibel weiterlesen? Du fauler Sack. Bro, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist einfach mal zu klären hier. Kann er mal beim Aufkommen helfen hier? Ja, ja, wir kommen gerade. Wir waren gerade noch fertig hier. Also ich glaube, das ist klar. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.